Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zatoichi. Heute wird es tiefgründig. Ich male einen Taucher. Jetzt ist den Oberkörper. Jetzt brauche ich den Kopf. So, nun brauche ich Arme, Beine. Jetzt kommt noch die Flosse. Das Bein ist angewinkelt. So. So. Jetzt bekommt der Taucher noch sein Equipment. Ich hoffe, er gefällt euch. Bis dann.